Grafik-Workshop zu den Landtagswahlen in Bayern mit einer Partnerschaft für Demokratie in Oberfranken, Demokratie leben in der Mitte Europas, waren wir unterwegs an mehreren Schulen in Oberfranken, Landkreis Hof und Landkreis Munsiedel und haben das nachher auch präsentiert hier auf dem Weltkindertag in Hof mit einer kleinen Ausstellung, die auch später noch in Mödler-Reuth zu sehen war am Tag der Deutschen Einheit, die Aufforderung wählen zu gehen von Schülerinnen und Schülern aus der Region, die teilweise noch keine Wahlberechtigung hatten, aber es gab viele interessante Vorschläge. Dort haben wir dann auch KI benutzt zum Beispiel, aber es wurde auch von Hand gezeichnet nach den Entwürfen der Schülerinnen und Schüler und die Sachen wurden dann zusammengebastelt mit Adobe, Adobe Stock und alles zusammengeführt, nachher auch gedruckt und jetzt nochmal in Social Media unter die Leute gebracht, hier mit diesem tollen Video. Also Leute, beteiligt euch an der Landtagswahl in Bayern am nächsten Sonntag, am 8.10.2023 könnt ihr die Demokratie mitbestimmen. Die Generation der nächsten Neuwähler hat diese Plakate für euch geschaltet. Also rauf vom Sofa, ab an die Wahlurne und beteiligt euch. Vielen Dank!